Zerstöre. Achso, ich soll hier was zerstören. Das habe ich natürlich mal wieder nicht gelesen. 17 Stück. Ich glaube, die sollte ich am besten auch mit zerstören. So, Aufträge. Networking. Networking beginnen wir mit ein paar geschäftlichen Vorhaben. Let's go. Wenn die klingelt, gib die zur Kirche. Ich bin direkt da, Alter. Ich lade sie hiermit, andere Besitzungen, das Vorstand der Saints ein. Es gibt Donuts. Wo sind die Donuts? Okay. Ja. Ist das falsch? Ja, das ist falsch. Hä, was ist denn das für ein Teil? So. Wir haben einen Namen, einen Hauptvertier und das Logo. So, das bedeutet, der nächste Schritt ist, zu finden, Leute, die Klingeln schießen können? Nein. Was ist der nächste Schritt? Äh, so, das bedeutet, der nächste Schritt ist, zu finden, Leute, die Klingeln schießen können. Oh, komm mal, Mann. Wir wollen dieses Ding mehr als eine Street-Gang sein. Wir wollen eine Organisation, eine Institution. Und das bedeutet, wir müssen unsere Finger in mehr Pies haben. Hast du eine Idee, wo zu beginnen? As a matter of fact, I do. Hm. Networking. Wende dich an deine Kontakte. Äh. Sprich mit JR, let's go. Gut, wir machen natürlich gleich wieder unser geiles Radio an. Wird nicht. Hä, wie soll ich denn das? Wow. Alter, ich hoffe, die haben mehr Songs als 10 in diesem Radio. Nicht, dass ich immer das gleiche höre. Huh. Den hab ich doch vorhin schon mal gehört, den Song. So, Guntaro. Bei dir bitte. Toll, aber unser aktisches Projekt hat ein Problem. Die Panteros verringern unseren Profit. Mach bei unserem neuen Projekt mit und alle lassen die Werkstatt in Ruhe. Okay, komm mal dich von den Panteros verringern. Deal. Okay, ich soll, ähm, irgendwas machen. Keine Ahnung. Wo muss ich denn langfahren? Muss ich hier langfahren? Achso, hier rum. Handy klingelt. Bei dir bitte. Ich hab schon wieder gar nicht gelesen, was da stand. Und wahrscheinlich soll ich da alle killen, oder? Weg da mit allen. So. Hier ist alles voll mit dem Typen. Gebt dich zum Park. Ja, bin ich da, Alter. So. Park mal meine Karre hier irgendwo. Wahnsinn, entspannt. Dann geh ich da mal hin. So. Soll ich schon meine Knarre holen? Oh, da brennt's. Oh, da brennt's. Ich hab mal alles hier weggekloppt. Ich nehm diesmal dieses Auto hier. Wir müssen jetzt zu den nächsten Punkt fahren. Oh, guck mal, jetzt geht's. Kreis. Kreis. Kann man, glaub, dieses Auto kann man, könnte man auch in seine Gama stellen, ne? Hey, Clyde, ich hab' den Pantaros-Problem für JR. Dann denke ich, er ist in. Wie ist der Rest des Team? Great! Kevin weiß so viele. Ha! Ich glaube, all das er muss tun, ist, dass sie einen Kaffee kaufen, um sie zu signen. Während ich mich in der Pantaros-Karte brenne. Komm, du weißt, du möchtest, du es liebst. Ich glaube wirklich. Jetzt hab' ich auch wieder rausbekommen, wie man nochmal driftet. Da nicht mal so schwer. Einfach mal X drücken. X. 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 So. So, hier sind die Nächsten. Hab' ich gehört. Okay, da drin, oder was? Okay, ich park' mal kurz hier. Ich park' mal. Und vorher guck' ich nochmal meine Muni an, Alter. Und den auch nochmal nachladen. Alright. Dann gehen wir mal da rein. Und, Taro? Wo sind sie denn? Findet die Autoteile. Achso, Autoteile soll ich finden? Ich dachte, ich soll hier irgendwelche Typen killen. Das ist nicht dein Territory, dumm Ass. Es ist jetzt. Du f***st mit Jim, Rob. Du wirst es auch gleich. Perfekt. Ey, warte mal. Hat das funktioniert? Bruder, ich flieg' hier jetzt mal runter. Ja. Alright. Gut, die haben wir schon mal weggeholt. Jetzt holen wir mal noch schnell, ähm, Muni und so weiter, was die hier liegen lassen haben. Beziehungsweise gedroppt haben. Also irgendwie sind hier noch sehr viele, sehr viele graue, äh, Bobble im Map. Steal einem Monster Truck. Okay. Und jetzt? Zerstöre. Achso, ich soll hier was zerstören. Das hab ich natürlich mal wieder nicht gelesen. 17 Stück. Ich glaub, die sollte ich am besten auch mit zerstören, ja? Ja, Moin. Kann man da einfach rüberfahren hier? Ja. Geile, geile Kiste auf jeden Fall, Alter. Ich hab schon wieder was vergessen. Ich musste mal hier ein bisschen, ich musste mal hier ein bisschen Metal anmachen, Alter. Oh nein, ich muss zurückfahren. Vier, drei. Hab's geschafft. Nice. So. 17 von 17. Bruder. Wo muss ich hin? Das hast du davon, wenn du dich wirst, äh, wärst. Okay. Weiter geht's. Ich muss, äh, den retten. Retten. Tausend Meter. Vollgas. Junge, ich hab einen krassen Monster Truck, ey. Ich kann hier einfach durchrasen. Über die Schienen. Vollgas. Das sieht die nie, überhaupt nicht, ne? Das sieht die nicht, ein bisschen, Alter. Es gibt hier einfach keine Vorschriften. In dem Saints Rowling. Okay. Ich bin da. Hallo. Runter. Die Garage, die Schienen des Auftrags nicht zur Verfügung. Dann machen wir's so. Die Waffe ist echt ein bisschen komisch, ne? Die Waffe ist wirklich ein bisschen komisch. Warte mal. Hallo, werf mal so eine Granate, Alter. Wo steht das denn? Ich hab doch da gerade ne... Da war so. Okay. Wollte schon sagen, Alter, ich hab hier doch eben ne krasse Granate geworfen. Da hier liegt der Motor. Nice. So, sprich mit J-R. Was machst du mit? Bin dabei. Wie heißt die neue Crew? Wir sind die Saints. Willkommen an Bord. Nice. Dann würde ich mal sagen, Mission abgeschlossen, ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob das funktioniert hat. Na? Na? Achso, noch nicht. Was ist das hier? Das ist doch kein... Nein. Das ist, wo alle unsere Träume kommen. Mh. Nein, sag das. Meine Träume sind ziemlich wehr. Während du mit J-R geredet hast, hab ich die Appentasche von diesem Immobilien-Trop-Journey geforstet. Welche Gründe war nicht die einzige Sache da drin? Aber bitte, stellst du Besitzer von Massim, äh... Gut, ja, abbrechen. Schön. Du meintest ja, wir müssen größer Stock von mehr. Da hab ich noch. Okay. Das ist kein Kuchen. Und die gehören zu Kattung. Erst Plan, dann Mumpel. Ein Gebäude nach dem anderen. Bis jetzt haben wir die Kirche. Und Jim Rubs. Was bauen wir jetzt? Was immer wir wollen. Nice. Coole Sache. Okay. . Untertitelung des ZDF, 2020